Wasserstoffbrückenbindung Wasserstoffbrückenbindung oder kurz H-Bindung bezeichnen die intermolekulare Bindung von H2O-Molekülen. Diese Moleküle bestehen aus einem Sauerstoff und zwei Wasserstoffatomen. Sauerstoffatome besitzen eine hohe Elektronegativität. Das bedeutet, dass sie das Elektron, was zu jedem Wasserstoffatom gehört, näher zu sich ziehen. Elektronen sind negativ geladene Teilchen. Damit befindet sich bei den Sauerstoffatomen eine negative Teilladung und passend dazu eine positive bei dem Wasserstoffatom. Nun kann man sich das gesamte Molekül vereinfacht als einen Magneten mit Nord- und Südpol vorstellen. Die Wassermoleküle richten sich, sofern sie sich bewegen können, das Wasser also flüssig ist, entsprechend ihrer Teilladung zueinander aus und werden wie Magnete zusammengehalten. Die Bindung zwischen den einzelnen Molekülen ist so stark, dass sie kleine Objekte wie Büroklammern schwimmen lässt, obwohl Metall eigentlich im Wasser untergehen müsste. Spülmittel isoliert die Moleküle wieder so weit voneinander, dass die Bindung nicht mehr stark genug ist, um die Büroklammer zu tragen. Die Bindung nicht mehr so weit voneinander, wenn man schon mal nachvollzieht und gezwert wird, dass die Molekülen sind nicht mehr stark genug ist, dass die Bindung nicht mehr verbunden wie möglich ist. Und die Bindung sei mit mir zu sein. Vielen Dank.